Hallo, ich bin Phil. Zum besseren Verständnis werden die englischen Wörter von der Sprecherin zweimal wiederholt. Wenn Sie möchten, können Sie die Worte nach dem Sprecherlaut wiederholen. Fangen wir an. Galb Calf Kätzchen Kinn Hündchen Poppy Entlein Duckling Gänschen Gausling Küken Chick Pfohlen Foele Fackle Piglet 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 Lamb 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 Eingebettet Nestling Nestling Kätz Graf Fawn 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 Kolt 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 Larve Larva Larva Atle Eaglet Eaglet Polywog 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 Eule Owlet Hase Bunny Häschen Leveret Eiers Hähnchen Cockerel Das ist das Ende unserer Lektion. Wenn es Ihnen gefällt, können Sie es mit Ihren Freunden teilen, es mögen oder den Kanal abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video.